Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das, denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deine über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bildete es mir nur ein, ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torwald. Dass du aus irgendeinem blöden Technobumsladen hier so einen Lutscher anschleppst. Was denn für einen Lutscher? Ich glück bei dir, knallt es ein bisschen in den Kopf. Was ist denn los mit dir? Also weißt du was, ich brech die Ausbildung ab. Was brichst du? Und dann ziehe ich hier aus. Du bist nämlich ein richtiger Psycho geworden. Du, ich klatsch dich weg, ja? Das ist nicht lustig. Aus meiner Tochter soll was Vernünftiges werden. Mit was in der Birne, nicht im Bauch. Ist das klar angekommen oder muss ich dir das ins Gesicht notieren? Du bist nicht mehr mein Vater. Was ist denn los mit dir? Ich kriege doch richtig Angst vor dir. Ich dachte, du hättest mich lieb. Ich hau hier ab. Los, ich piss euch an. Mach die Molle auf. Mach die Molle auf. Ich bringe auch noch mein Date mit. Die Leute schauen sich prächtig zu haben, die Serien. Wir haben eine Tolle der Erdwürfe. Vielleicht lasse ich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer umkontieren, bevor sie gerne sprechen. Ach, das war doch schön.